Meghan Markle und Prince Harry befanden sich kürzlich in einer unerwarteten Lage, da sie von The Hollywood Reporter, einer prominenten Stimme in der Unterhaltungsindustrie, als einige der am wenigsten bevorzugten Figuren Hollywoods bezeichnet wurden. Dieses Medienunternehmen, das oft als führende Autorität im Showbusiness gilt, hat seine jährlichen Listen der größten Gewinner und Verlierer Hollywoods für das Jahr 2023 veröffentlicht. Um näher auf die Einzelheiten einzugehen, Meghan Markle und Prince Harry landeten überraschenderweise auf der letztgenannten Liste. Kinsey Scoffield, eine renommierte Showbiz- und Reuel-Expertin, äußerte sich zu dieser Entwicklung und bezeichnete sie als eine bemerkenswerte Offenbarung. Obwohl sich das Paar als Teil der Hollywood-Elite betrachtete, befand es sich auf der ungünstigen Seite der Bilanz. Der vernichtende Artikel von The Hollywood Reporter nahm kein Blatt vor den Mund, beschrieb Prince Harry als etwas weinerlich und deutete an, dass die Marke des Paares ein Gefühl der Scheinheiligkeit ausstrahlte, das reif für Kritik war. Der Artikel lenkte sogar die Aufmerksamkeit auf eine South Park-Episode, in der Meghan und Harry gnadenlos verspottet wurden, und bezeichnete dies als einen entscheidenden Moment für ihren schwindenden Ruf in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus wurde ein Vorfall im Zusammenhang mit dem Spotify-Deal hervorgehoben, bei dem ein hochrangiger Manager sie als Betrüger brandmarkte. Kinsey Schofield ging näher auf die Auswirkungen dieser negativen Publizität ein und betonte die Bedeutung des Hollywood Reporter, indem er sie mit einem heiligen Gal innerhalb der Unterhaltungsindustrie verglich. Sie wies darauf hin, dass diese Entwicklung wahrscheinlich ein persönlicher Schlag für Harry und Meghan war und auch ihre derzeitige Talentagentur WME in eine schwierige Lage brachte, was sie dazu veranlasste, ihre Strategien zu überdenken. Obwohl es keine eindeutigen Hinweise auf eine Trennung zwischen WME und dem Paar gibt, wird immer deutlicher, dass der kontroverse Inhalt unabhängig von der Quelle für Meghan und Harry erheblich nach hinten losgegangen ist. Abgesehen von ihren anhaltenden familiären Problemen hat ihre öffentliche Wahrnehmung einen weiteren erheblichen Einbruch erlitten, was ihre Popularität weiter schmälert und es immer schwieriger macht, sich selbst zu vermarkten. Dies ist nicht der einzige Rückschlag, den sie in letzter Zeit erleiden mussten. Im Dezember führten sie die Liste der zwölf unbeliebtesten Prominenten des Jahres 2023 an. Laut Covert-Geekli sicherte sich Harry den fünften Platz auf dieser ungünstigen Liste, wobei sowohl eine South Park-Episode als auch die öffentliche Meinung zu seinem geminderten Ansehen beitrugen. Auch Meghan Markle verzeichnete einen deutlichen Popularitätsverlust und landete auf dem zweiten Platz der Liste. Ihr Absturz scheint mit ähnlichen Faktoren zusammenzuhängen, die sich auch auf ihren Ehemann ausgewirkt haben. Ein Schlüsselfaktor für ihre sinkende Popularität ist ihre Abkehr von traditionellen königlichen Normen, ein Schritt, der von vielen Seiten Kritik hervorgerufen hat. In den letzten Jahren hat sich die Wahrnehmung der Amerikaner gegenüber der britischen Königsfamilie deutlich verändert. Während Prinz William und Prinzessin Catherine einen Anstieg der Popularität verzeichnen, haben Meghan Markle und Prinz Harry Schwierigkeiten, eine Mehrheit zu gewinnen, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass sie von etablierten königlichen Konventionen abweichen.